Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige hier, wie ich die sehr filigranen Fußrasten der MT-09 gegen die der Version Street Rallye ausgetauscht habe. Hier mal ein Tischer Vergleich, alt gegen neu. Da gibt es von Yamaha ein komplettes Kit, dem sogar eine ABE beiliegt. Dieses Kit habe ich im Internet für 66 Euro erworben. Beim Auspacken erinnern mich diese vielen Teile dann doch irgendwie an Ikea. Und sogar ein Bauplan ist dabei. Und gleich zu Beginn stoße ich auf eine Schwierigkeit. Die Fußraste links ist vernietet. Die werde ich ausbohren müssen. Die rechte Seite dagegen trägt einen Bolzen, der mit einem Splint gesiert ist. So suche ich mir zuerst die Teile für die linke Seite zusammen. Nämlich den Träger, den Gummi, die Schraube für den Angstnippel und die Ummantelung dafür. Fällt nur noch die Feder, damit die Fußraste klappbar ist. Und das ist die hier. Die zwei beigelegten Federn sind nämlich durchaus unterschiedlich. Die Angstnippel könnte man an dieser Stelle natürlich auch weglassen. Ich entscheide mich, sie mal anzuschrauben. Der Fußrastengummi hat hinten eine Kerbe und wird in den Träger eingesteckt. Die Gumminase wird durch den Fußrastenträger zunächst gedrückt und dann mit der Zange durchgezogen. Um beim Ausbohren nichts zu beschädigen, nehme ich so einen konischen Aufsatz. Mit kreisenden Bewegungen nehme ich immer mehr von dem Pilz ab. Bis ich letztlich den Bolzen einfach durchschlagen kann. Dies ist schon der neue Bolzen, der im Set enthalten war. Er wird dann mit einem Splint gesichert. Und wenn ich wieder auf die alten Fußrasten zurückrüsten wollte, könnte ich diesen Bolzen benutzen. So, jetzt setze ich die Feder passend auf. Und mit etwas Rütteln bekomme ich den Bolzen direkt durch. Bevor ich den Splint einsetze, gebe ich ihm eine gewisse Vorspannung. Ich biege ihn leicht auf. Zum reinmachen, gleich zusammendrücken. Und unten sind dann beide Enden ziemlich gut greifbar. So, und jetzt noch jedes Ende einzeln umbiegen, bis das dann in etwa so aussieht. Die rechte Seite gestaltet sich einfacher. Der Splint ist aufzubiegen, herauszunehmen. Dann kann man den Bolzen durchdrücken. Und der Rest ist dann wie auf der linken Seite. Das Ergebnis der ganzen Aktion bleibt natürlich optisch Geschmackssache. Ich empfinde es jetzt aber viel angenehmer. Inwieweit das Ganze auch für die RN43 austauschbar ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dürft ihr gerne absolut kostenlos meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Und hier noch ein Verweis auf weitere interessante Videos. Ich würde mich sehr freuen.